Ihr Alpha! Bravo 2, Unterstützung unterwegs! Geschätzte Ankunft, Zeit eine Minute! Haltet durch! Das wird eine verdammt lange Minute! Ja, das kann sein, dass die Minute lang wird. Wir müssen Sie abwehren, bis Sie hier sind! Verbindet! Und stinken! In Deckung! Scheiße! Man kommt endlich mehr vor! Feuerauftrag! Haltet einfach den Kopf unten und bleibt noch etwas aus der Schusslinie von dem Ding! Verstanden, Sarge! Aber in 30 Sekunden können wir uns nirgendwo mehr verstecken! Dann kratzt ein Scheiß Loch! Ok, Bravo 2, Luftunterstützung ist unterwegs! Ihr müsst das feindliche Fahrzeug manuell markieren! Wiederhole! Ihr müsst das feindliche Fahrzeug manuell markieren! Super, ich habe sonst nichts besseres zu tun! Da kann der Raufsicht durch meine Platz! Ja, ich sehe es! Ich sehe es! Wir 061 sind noch 2 Meilen entfernt! Probe sind geladen! Beeil dich, Marlo! Behalte den Himmel im Auge! Ziele bestätigt! Abfuhr auf ihn! Drei, zwei, eins! Ja! Ja! Das war nicht schlecht! Das ist kaputt! Das wird Spuren hinterlassen! Dum dum dum! Mal Munition nochmal aufladen! Sie sind getroffen! Volltreffer! Frohe Weihnachten, Bravo 2! Ja! Und gut, hier wäre jetzt auch so ein Munitionslager gewesen! Los! Das Fahrzeug des DS muss vor uns sein! Was ist das denn für eine Waffe? Oh, oh, oh! Warum drücke ich noch F? Das ist ja dieselbe! Äh, wo seid ihr? Da! MG in dem Haus! Ich spiele das MG! Okay, das ist der Gegner! Glaube ich! Wo seht ihr denn hier ein MG? Ja! Geh weg da! Scheiße! Du! Du! Dum 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 dum! So, wieder Munition! Nachladen! Wollang? Wie gehts jetzt! Wenn du hier so geschlagen? Oh, okay! Na, das versteckt dann! Was steckt denn? Oh, oh! So, jetzt ist er tot! So, Quot, Quot fahren. Okay, okay, okay. Okay, das war ich nicht. Ich hab dich gesehen. Ich lass die kaputt machen. Ich hab den noch voll getroffen. Nein, Leute, da wirft man einfach mal ne Granate rein, dann sind die tot. Ich hab den Arsch aus meinem Schussfeld. Boah. Ich glaub mal ne rein. Hm. Äh, nach von mir aus. Tod. Loser. Oh, 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 oh. Das ist ja ein schweres M.G. Ob es mir so gepanzert ist. Jetzt rüber. Ich glaub, sie haben die Granate geworfen. Eigentlich so die Granate. Oh, 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 oh. Ich bin mir nicht sicher, ob das was bringt, was ich hier mache. Oh. Wenn man nicht so hinter den schleichen kann. Ich bin dabei. Moment. Moment. Na, wie weit muss ich hier noch gehen? So weit wollte ich eigentlich nicht vorrücken jetzt. So, ganz alleine. Oh. Der ist immer noch nicht tot. Der stirbt doch. So hätten wir das auch geklärt. Auf auf in den LKW. Der Spruch ist genial. Fertig ist er. Oh, scheiße. Ah, super. Bam. Oh, der war da getroffen. Ähm. Jawoll. Ähm. Jawoll. Schön getroffen. Da sind scheiß viele Fahrzeuge. Ja, der war ein bisschen flach. Ich kann ihn nicht auf der Straße halten. Mach's zu, verdammt. Oh, fahr nicht so scheiße. Ähm. Oh, warum geht der Ding nicht mehr einfach kaputt? Ach, sie kommen her. Da kommen die gar nicht. Guck mal, schon sind sie weg. Packard, pass auf. Scheiße, ich kann nicht sehen. Los. Ja, das ist natürlich schlecht, wenn du nichts siehst. Aber ich mach das schon hier hinten. Bastard. Oh. Und wieder dasselbe. Bärereport nix im Anmarsch. Was ist überhaupt mit diesem scheiß Truck? Rücken drauf. Kacke, die holen mächtig auf. Reckers. Bring diese Mühle von der Straße runter. Verstanden. Ey. Nimm das Granatgewehr malo. Was sie kann, bevor sie rankommen. Sie sind jetzt ganz nah. Ist er tot. Sind sie jetzt tot. Oh scheiße. Na los verdammt. Wir stecken fest. Bewegung. Scheiße, 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 Scheiße. Hallo, schießt. Ja, das war natürlich sehr intelligent von euch. Macht euch gegenseitig platt von mir aus. Hey du Pedder. Liebe dich gefahren. Bravo zu. Achtung, da kommt ein feindliches Fahrzeug auf uns zu. Negativ haben wir nicht verstanden, Archangel. Äh, okay doch. Von da. Okay, hab ich nicht getroffen.